Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Eigentlich sollte jetzt ein Mainboard Video kommen, aber ich habe heute was entdeckt und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Und dachte mir, komm, machst du noch ein RTX Video. Da es demnächst ja auch einige Tests von RTX Karten bei mir geben wird. Da muss ich auch nochmal schauen, was es gibt. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Karte ihr getestet haben möchtet. Wird immer nur nach und nach kommen, weil ich die Karte kaufen muss und wieder verkaufen. Weil ich das Ganze ja selbst finanziere aus meiner eigenen Tasche und dementsprechend nicht die finanziellen Mittel habe, um da mehrere Karten gleichzeitig zu kaufen. Gut, kommen wir zu den neuen Infos, die ich hier habe oder entdeckt habe. Und zwar sind Preise gelistet zu den neuen RTX Karten. Also zu den RTX 3080 Karten und 3090 Karten. Wir wissen, die Fauna Sedition kostet ja 700 Euro. Und jetzt sehen wir erste Preise von Custom Modellen. Zum Beispiel die PNY GeForce RTX 3080 OC XLR8 kostet 740 Euro. Die Preise sind übrigens alle vom Case King. Ich denke mal, zum Beispiel bei Mindfactory werden die Preise nochmal vielleicht 40, 50 Euro günstiger sein. Also auch bei 700 Euro. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Und ihr müsst bedenken, dass ihr auch die Early Adapter Preise bezahlt. Das heißt, die Karten kommen gerade frisch raus und dann ist es halt ein bisschen teurer. Nach der Zeit werden wir bestimmt 50 Euro weniger sehen. Aber das ist auch nur eine Einschätzung von mir. Dann die Gigabyte GeForce RTX Eagle OC. Die liegt bei 756 Euro. Und die weiteren Preise seht ihr ja. Die ganzen Endo 3D Karten. Was mich wundert ist übrigens die iChill X4. Diese mit den Zusatzlüfter. Die kostet 780 Euro. Ist also nicht so teuer, wie ich vermutet hätte. Da ist zum Beispiel die Gaming OC teurer von Gigabyte. Und auch die TUF von Asus sind teuer, meiner Meinung nach. Also wenn man hier sieht, 790 Euro ist schon ein bisschen teurer. Aber ich glaube nicht, dass die kühler ist wie die iChill. Müssen wir aber dann mal Tests abwarten. Die Zotac Trinity, die kostet 804. Das ist ja eine der besseren Karten, würde ich sagen. Zumindest ist es von mir so eingeschätzt in den letzten Videos. Und die Rogue Strix, die kostet einfach mal über 100 Euro mehr als die Faunas Edition. Da bin ich sehr gespannt. Nicht nur bei meinen Tests, sondern auch unabhängig davon bei den Tests. Der ganzen Hardware-Seiten. Zum Beispiel über Hardware-Inside oder PCM-Hardware, Hardware-Lux, Computer-Base und so weiter und so fort. Wie die da so einen Vergleich abschneiden werden zur Faunas Edition. Ich denke mal, da werden nicht alle Karten getestet. Also nur die Karten, die von den Herrscher immer bereitgestellt werden. Bei mir wird es auch andere Tests geben. Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann schauen wir uns auch mal die RTX 3090 Serie an. Die ist ja bei der Faunas Edition gelistet mit 1500 Euro. Und hier fängt das Ganze ab 1576 Euro an. Wird natürlich auch günstigere Händler geben. Beziehungsweise günstigere Karten bei den Händlern. Und ja, die Inno GeForce RTX ist die günstigste mit 1576 Euro. Dann die PNY liegt ein bisschen drüber. Und da haben wir auch wieder zwei gleiche Modelle. Dann haben wir die iChel X4 auch hier mit 100 Euro mehr. Und was ich richtig krass finde, ist die Rogue Strix, die dann einfach mal 1219 Euro teurer ist als die Faunas Edition. Und ich glaube nicht, dass sie so viel besser ist. Das ist meine Vermutung. Muss man mal abwarten. Aber das ist schon eine Hausnummer. Da muss man wirklich überlegen, kauft man sich da eine Asus oder kauft man sich die Faunas Edition. Ich denke aber auch, dass Nvidia die Chips ein bisschen teurer verkauft. Also Nvidia verkauft ja die GPUs direkt an Asus, Gigabyte, PNY und so weiter und so fort. Und verkauft die wahrscheinlich ein bisschen teurer, sodass die Hersteller dann nicht mitziehen können mit den Preisen. Vor allem wenn wir bedenken, der Kühler der Faunas Edition soll ja bei 150 Dollar liegen. Ich glaube nicht, dass die Kühler hier von den Custom Karten zu teuer sind. Das weiß ich allerdings nicht handfest, aber schätze ich mal. Ich kann es euch nicht genau sagen, warum die Karten so viel teurer sind. Das ist so meine Vermutung. Die Trinity von Sohtag ist übrigens auch teuer. Und die Gigabyte ist dann fast 100 Euro günstiger als die Trinity. Wundert mich das Ganze so ein bisschen. Auch der Unterschied von der Rogue Strix zur Tough Gaming ist von der gleichen Marke und auch fast 100 Euro günstiger. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Preisen denkt. Warum die Herstellerkarten so viel teurer sind. Aktuell noch, die Preise werden sich natürlich ändern. Die Preise von Nvidia werden wahrscheinlich nicht fallen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die steigen werden. Weil ihr seht ja jetzt mein Video. Wahrscheinlich machen auch andere Videos dazu. Oder ihr seht es auch so in Geizhals. Und viele werden zu den Faunas Edition Karten greifen. Und dementsprechend werden die nicht verfügbar sein. Wenn irgendwas nicht verfügbar ist, dann steigen die Preise. Das ist immer eine Frage des Angebots und Nachfrage. Dementsprechend vermute ich, dass die Preise erstmal wieder steigen werden nach Release. Aber das bleibt abzuwarten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Abonniert auch gerne meinen Kanal auf Instagram. Da heiße ich auch Tobi's Hardware Ecke. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.